Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir Apps und Games und wir sind wieder in unserer Luxusvilla von Playmobil oder Playmobil Interactive eine echt spaßige App wir sind schon im vierten Level wir haben ein Auto, wir haben was für unseren Swimmingpool oben unsere Muckibude wird auch immer größer wir haben eine Kaffeemaschine, wir haben schon einiges gekauft und heute geht es weiter wir haben auch schon einige Gäste, das Haus wird immer voller und jetzt ist ein bisschen umstyling angesagt wir haben ja Sommer, also bitte auch für den Sommer anziehen so, das war die Dame und der Herr die Bewohner der Luxusvilla die Sonnenbrille kannst du ruhig anbehalten aber du brauchst auf jeden Fall ein T-Shirt und eine kurze Hose denn es ist mega warm und am besten barfuß du bist ja zu Hause so, dann starten wir mal und wir haben insgesamt jetzt schon fünf Bewohner hier in der Luxusvilla also ist auch mächtig was zu tun immer sie möchte zum Bücherregal der hier hatte noch nicht viel zu tun jetzt aber ab dem Kühlschrank sehr gut sie möchte duschen dann gehen wir duschen so, nach oben du kannst hier mal kurz im Tresor ein bisschen was abgreifen sehr, sehr gut sie möchte sich wieder umziehen klar, gerne er auch und sie auch oh, das wird aber mächtig voll jetzt gleich hier in der Kabine so aber zum waschbecken so, sie möchte ein bisschen den Sommer genießen selbstverständlich das gute Wetter das schöne Wetter sie möchte hier ein bisschen hin und hier möchte irgendjemand zum Pool aber der Morgen ist schon vorüber okay es geht an die nächsten Aufgaben sie möchte ein bisschen in die Muckibude selbstverständlich und der möchte das Auto putzen dann putzt man ein bisschen das Auto sehr viel los hier in der Luxusvilla, Leute sehr, sehr viel los nach dem Sport geht es natürlich unter die Dusche so, putz mal weiter du kannst hier zum Tresor wieder und du kannst dich wieder umziehen der möchte Fernsehen ja klar, kein Problem wir haben hier so viel zu tun momentan so viel einer in die Badewanne und wieder viele Aufgaben erledigt ich bin in die Badewanne mit dir und du zum Fernseher du kannst dich gerne mal umziehen du möchtest nach unten ja klar, gerne spring mal wieder in die Badewanne es gibt so viel zu tun hier die möchte unter den Sonnenschirm und ich merke der Nachmittag ist vorüber gut gemacht der Abendbeginn aber es ist so viel zu tun gleichzeitig dass man halt nicht so viele Punkte abgreifen kann teilweise so kannst du den Tresor was gibt es denn sonst tun du möchtest dich umziehen ja sehr gerne Du mal ein bisschen raus, damit wir den Überblick hier haben. Ab unter die Dusche mit dir und du zum Umziehen hier. Auch coole Musik muss ich sagen. Eine App für Android und IOS. Da möchte einer unter die Dusche. Wird schon jemand wieder umziehen. Unten, die haben nicht so viel zu tun, habe ich das Gefühl. Außer, dass der ein bisschen Musik hören will. Ich habe zum Waschbecken mit dir und du kannst dich umziehen. Ich glaube, die möchte zum anderen Waschbecken. Ja, die möchte runter. Jetzt kann ich ein bisschen was abzugreifen. So, sehr, sehr gut. Ja, am Abend konnten wir doch sehr, sehr viel erledigen, fällt mir gerade auf. Da möchte jemand schwimmen. Schwimmen. Dann spring mal rein. Spring doch rein, Mensch. So, erledigte Aufgaben 10, Anzahl der Knutscher ein. Es gab einen Knutscher noch am Ende. Eingesammelte Münzen 149, denn es gab noch einen Bonus eben. So, wie viele Münzen? Oh, 167. Wollen wir vielleicht, was ist das denn hier? Das sind Blumen, okay, möchte ich aber nicht. Ich möchte unsere Muckibude ausbauen. Na? So. Schauen wir uns das mal direkt an. Gehen wir oben ein bisschen Gewichte stemmen. Die schicken wir mal nach oben. Der packt das dann aus. Und wir haben insgesamt immer noch 5 Gäste, Leute. Freut uns wirklich sehr. In der Playmobil-Luxusvilla. In der modernen Luxusvilla. Und wir schauen uns das hier oben mal genauer an. Ja. Sehr gut. Jetzt können wir ein bisschen Gewichte stemmen. Unsere Muckibude wächst. Und wir haben fast alles in dieser Luxusvilla jetzt freigeschaltet. Ist noch ein bisschen was über. Leute, wenn euch das Video heute gefällt, gerne Daumen hoch. Wenn es euch gar nicht gefällt, Daumen hoch unten. Aber trotzdem Abo dalassen für weitere tolle und neue Apps mit mir, Kahn und Nina. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.